So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Online-Folge, du schnappst dir, okay, hat's nicht mehr geschafft, von Overlord, warum, warte mal ganz kurz, Moment, ist, ja, ist egal, es geht, also, es ist immer ganz, ich bin da sehr empfindlich, glaube ich, wow, ein Hinterhalt von Dorftrotteln, ist ja Wahnsinn, ist ja, ich bin ja erstaunt, oh, wie hoch die rennen konnten, schick die mal weiter hoch, oh, guckt mal einer an, ist ja richtig viel, ich kann da nicht lang gehen, aber, ist da noch mehr, holt mal, oh, hallo, okay, schön, da war ja noch richtig, hi, hey, wie geht's dir, okay, ich weiß nicht, ob die da echt dazu zählen, oder, da hätte ich mal vorher nachgucken sollen, hm, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, weil sie eigentlich ja nicht mehr in Nordberg sind, aber sie sind ja eigentlich Bewohner von Nordberg, aber egal, so, ich höre auch schon wieder Stadtbewohner irgendwo, und, es ist so einfach übertrieben, oh, man, okay, einfach wieder durch die Schneise schlagen, äh, eine Schneise schlagen, sozusagen, okay, du kommst, okay, nee, warte mal, da können noch ein paar hoch, den, weil er so blöd ist, und so wirklich blöd ist, mich anzugreifen, alleine vor all dem, ach, nee, wenn ich jetzt hier versuchen, einen zu sammeln, geht eh nicht, so schwach sind die nämlich nicht gewaffnet, oh, ist euch da nicht ein bisschen warm, so, wir sind, oh, wir sind ja, was, wir sind ja, hier ist es, der Zauberer, äh, der Kerl, ähm, das Ding, der ist so hässlich, äh, ja, vielleicht, bleibt mal stehen, die Leute hier reagieren etwas allergisch auf den Tod, vielleicht können sie euch helfen, wenn ihr sie ein wenig überzeugt, vielleicht so, hä, ja, ohne Sound, wo wird's nun hin, Kumpel, okay, die sind schon vorne rein, äh, wohl, fast glad, ah, ich brauch die wohl, also, die zählen wahrscheinlich auch nicht zum, äh, wow, hab ich jetzt gerade gar nicht gerechnet, äh, 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 ich hab gerade gar nicht damit gerechnet, dass, dass, das Ding jetzt wieder scheinen, okay, ist das leider, ähm, die muss ich wohl versklaven, ich kann sie ja hinterher auch noch vernichten, daher, ist das ja eigentlich egal, ich will was, müssen wir gucken, wo der Zwerweg hier noch hingeht, ach ne, schon gut, der würde rein theoretisch zurückgehen, aber, okay, wenn es jetzt von mir weg, nein, du bist vorher rein, vorher noch rein, ich hab von mir weggereiht, wow, ich bin noch wieder vernichtet, ich helfe euch, ja, ich muss sie, sieht man auch, gut, okay, ich kann es nicht vernichten, das Haus, schade, so, alles zerstören, kann ich in gar kein Haus reingehen, okay, dann halt nicht, dann halt nicht, wir müssen noch ein bisschen weiter gucken, wir brauchen noch wesentlich mehr an Bauern, okay, nee, das war mir von vornherein klar, dass das eine brillige Falle ist, ach nö, so, du hast zu mir jetzt, ich mache den Weg frei, ja, ja, okay, bleib stehen, reicht das eigentlich auch schon aus? das wollten wir nicht, wirklich nicht, ich glaube, das reicht aber schon ein bisschen aus, nee, na, na, boah, was ist hier los? ich darf sie nicht übernehmen, hä, was ist hier jetzt los? ich darf sie nicht übernehmen, keine Ahnung, aber wenn ich sie nicht übernehmen kann, dann, was, ich kann, ich kann gar nichts bei ihr machen, okay, okay, was ist jetzt hier, wenn nicht, eliminiere ich dich. Okay. Kann die gar nicht irgendwo. Okay, alles klar. Dann hat sich die Sache komplett erledigt. Alles klar. Geh weiter. Okay. Die Alte ist, glaube ich, auch vorhin hierher gelaufen und hat auch mitgemacht. Naja, egal. Obwohl sie eigentlich... Verdammt, ich habe keine Mana mehr. Na, egal. Ich glaube, ich kriege gleich wieder Mana. Genug Mana. Äh, nein, nein, nein. Was hat Mutter Erde euch getan? Warum habt ihr diesen Weg der Zerstörung gewählt? Mann. Allein wegen Typen wie dich, Mensch. Ey, Kumpel, das möchtest du nicht. Glaub mir. Boah, wie sie mal gar nichts mehr aushalten. So, binden sich... Ey, so unglaublich. Stadtbewohner mit den Jägern. Und die auch noch mit den Elfen. Ey, unglaublich. Ähm, ich trau dir den Frieden nicht. Greift mal an. Ich hätte es wahrscheinlich vorher machen können, damit die auch so gestorben werden. Aber warum? Ist ja egal. Schade, der ist nicht in der Nähe. Ich bin nicht schuld. Aber was bist du nicht schuld? Du bist... Ich bin arm. Du bist genauso schuld wie alle anderen. Hätte ich dir so viel gar nicht machen müssen. Ich mache den Weg frei. Wir hätten das doch nie wirklich getan. Ja, 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 ja. Natürlich nicht. Was ich erstmal für Überzeugungsarbeit leisten muss. Kann ich das auch verbrennen? Ja, klar. Muss ich sogar laut. Wow. Oh, sie sind ja richtig tricky, sind die. Nicht schlecht. Welcher... Peng, peng. Ja, ich muss dich ja leider versklarben. Ich muss dich ja leider versklarben. Ich würde euch nicht versklarben. Okay. Aber ich brauche eure Hilfe. Bitte. Nein, komm jetzt her. Dieser muss ich umziehen. Und den da auch. So. Oh, man muss sich das nicht so lange machen brauchen. Die gehen ja recht schnell. Okay. So, perfekt. Das dunkle Neon zieht. Entschuldigt, mein Gebrabbel-Lord. Aber das Schiff ist jetzt vom Eis befreit. Einige Reparaturen sind nötig. Aber wir, eure treuen Diener, kümmern uns darum. Ja, ich möchte mich für mich, dass du in den Eiswasser tauchst und das alles reparierst. So. Wozu könnte ich jetzt bitte schön das große Feuer noch... Na, na, na. Wir haben ja noch ein paar. Bleibt mal stehen. Ich habe nicht mitgemacht. Wie gesagt mal. Hallo. Oh, die kann ich umbringen. Okay. Oh, ich muss aufpassen. Bitte tötet mich nicht. Doch. Das muss ich. Ich hätte wahrscheinlich mehr hier kriegen können. Okay. Also, ich hätte mehrere Möglichkeiten gehabt von Dorfbewohnern. Wir sind für euch. Das war's, mein Freund. Hier ist noch ein bisschen... Gold. Ein bisschen ist gut, oder? Schön viel. Oh, ich bin schon wieder fast voller Mana. Wahnsinn. Okay. Ich entzünde auch nochmal die große Fakke. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das bringen soll. Weil ich ja eigentlich wohl ausreichend, äh, Leute hatte. Oh Mann, ey. Okay. Hier ist nichts weiter. Ich weiß gar nicht, was das einbringt. Äh, werden wir das gleich sehen. Aber hier war ja irgendwo was eingefroren. Vielleicht... Ah. Das kann sein. Vielleicht ein Secret. Entschuldigung. Oder ist es so... Äh. Verdammt. Sag mir jetzt nicht... Wieso? Ich dachte. Aber vielleicht auch nicht. Ich dachte, ich hätte das einfach... Na gut, okay. Dann war es wohl nicht so. Ich dachte, das sollte hier noch den Schnee schmolzen. Weil hier war doch noch was. So, jetzt kann ich dich eliminieren, war. Schön, dass ihr nicht mehr wegrennt. Hier ist doch noch Eis. Guckt mal. Achso. Achso. Ja, von der anderen Seite ran. Hä? Keine Ahnung, was das jetzt mir bringen sollte. Aber gut, okay. Boah, warum droppt ihr kein Gold? Das ist... Hm. Toll. Nur weil ihr jetzt auf Sklafs seid oder was. Egal. Wie sie... Oh Gott. Wie sie einfach alle freiwillig zu mir... ...die vielleicht doch gar nicht verslafen, oder? Oder? Hab ich das? Wieso? Habt ihr kein Gold mehr? Die ersten haben auch noch Gold gedroppt. Na, na, na. Visier ihn doch mal an. Ich muss das machen. Das ist die Overload-Regel. Ganz kurz was gucken. Okay, gut. Ja, genau. Komm mir wieder freiwillig zu mir. Droppen nicht mehr. Verdammt. Ähm, ganz kurz nochmal hier zurück. Damit ich... ...möchte das erspeichern. Gleichzeitig... Ah, ist egal. Wir gehen ja zum Schiff und können jetzt schon mal uns auf den Weg machen. So, ein bisschen Eis ist noch dran, obwohl... Ne, wir doch nicht. Ah, 10 Scher. Haben wir doch. Und jetzt... Warte, 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 warte. Hä? Ich konnte doch eben... Wow. Ich will nicht zu stark da hinten. Das macht dem Schiff schon Schaden. Ich kann nicht schon mein eigenes Schiff hier Schaden machen. Und lustig, dass unsere Roten gleichzeitig hier als Kanoniere fungieren. So, kann ich jetzt überall lang? Ich auch nicht? Schlag den Trommler, wenn ihr schneller fahren möchtet. Ach ja. Keiner soll. Er steht da drauf. Oh Mann, der steht da drauf. Oh Mann, das wollten wir gar nicht wissen, glaube ich. Leine los. Ist die Segel und auf... Äh, 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 entschuldigt, äh, es ist mit mir durchgegangen. Das müsst ihr auch kaufen, finde ich. Wie die das Schiff im Wasser treibende Objekte zerstören kann? Und die Roten können von Deck aus Gegner angreifen. Ah, Zerstörung zu Wasser, wie erbrüchend. Wie die das Teufel zu rüber... Seeminenmeister. Oh. Das Kaiserreich muss sie zur Verteidigung von Nordhafen einsetzen. Dieses Mal hatten wir Glück. In Zukunft solltet ihr euch aber von diesen kleinen explosiven Lausern vermalten. Was ist denn das? Ach, das sind Elfen. Oh. Oh, 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 wartet, wartet, wartet. Da ist ein Crystal. Okay. Ja. Würde ich auch sagen. Was war nochmal Schminderung? Er wird uns alle ins Verderben stürzen. Was sagt denn da, was er da? Nichts mit euren Machenschaften zu tun haben. Meister, wir müssen diese Minen irgendwie loswerden, ohne dass wir hineinsegeln. Wir verabscheuen Gewalt. Aber die Verrauschik und kuscheligen Wesen bedürfen unseres Schutzes. Oh Gott. Kehrt um. Kehrt um. Ah, alle Tasten, okay. Darf ich drauf? Danke. Wie sie danzen, so capoeira-technischen. Mit euren Handlungen bringt ihr dem Land den Untergang. Das mag wohl sein. Okay. Komm ich da auf die Insel? Ja, ich komm da rauf. Ich komm da rauf. Oh yes. Das war's. Nein, nein, nein. Aber nicht der. Wow. Okay, das war's. Oh, ist das mies. Aber das war schon wirklich jetzt gerade krass. Ich hab gerade die Robben in die Minen gejagt. Oh, weia ey. Tja, das was sie beschützt haben, hat sie irgendwie am Ende selbst vernichtet. Schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber gut. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Mit dem Schiff. Und, äh, ja, nach innerlich, haben sie gesagt. Was könnte das sein? Äh. So, rein da jetzt. Okay. Und jetzt drehen wir und bewegen wir uns wieder. Ich hör noch Robben. Haben echt welche die Explosion überlebt? Oh. Ah, was für ein Glücksbild. Ich weiß. Ah, genau. Ganz besonders, wenn er dabei in Flammen steht. Oh Gott. Miese Schwein. Ah, da fällt mir noch was geiles später ein. Was dann noch passiert? Ihr könnt euch da noch an diese gucken. Die Schiff versperrt den Weg nach Immerlicht. Die Elfen glauben, es sei ein Segen der Natur. Ich glaube, es soll diese Jammerlappen an einem Ort festhalten. Diese Jammerlappen. Guckt mal, hier sind auch ganz viele Bäume und so unter Wasser. Also, was zum Teufel. Trotzdem weiter. Hallo. Also, man sieht, dass das hier alles untergegangen ist schon. Was zum Teufel geht auch mal an. Das erkennt man noch. Das ist lustig. Das erkennt man noch hier ran. Ach, da haben das Kaiserreich und die Elfen einfach ohne uns ein Gemetzel veranstaltet. Sieht so aus, als ob das Kaiserreich im Vorteil war, bis das Wasser zu steigen begann. Vermutlich, weil jemand ein wenig Eis geschmolzen hat. Ach, deswegen. Rettet mich. Rettet mich. So geil, daran habe ich gar nicht gedacht, woran es liegen könnte. Freunde, ich mache hier aber erstmal Schluss. Weil der Part ist vorbei. Hey, würdet ihr einem Kameraden mir bitte helfen? Wer wünscht ihr was oder was? Okay, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn er es wieder heißt Overlord. Ein bisschen früher als sonst, aber sonst, naja, wohl früher, 19 Minuten. Ist doch dann okay. Bis zum nächsten Part, Freunde. Ciao. Ciao.